Herzlich willkommen zu einem neuen Freigereist-Podcast in der Folge Nummer 4. In dieser Folge nehmen wir euch mit auf ein ganz besonderes Abenteuer. Wir fahren nämlich über den Amazonas. Ja, ich hatte nämlich die ganz verrückte Idee, per Frachtschiff über den längsten Fluss der Welt zu fahren. Und Jess war anfangs überhaupt nicht davon begeistert und ich habe einige Tage gebraucht, um sie davon zu überzeugen. Dann war es aber doch ganz geil und wir haben so einige Dinge erlebt. Und es war, glaube ich, eigentlich der krassesten Abenteuer, was wir je hatten. Ja, es sind sogar Schüsse gefallen. Und wir mussten auch ein Erste-Hilfe-Set öffnen. Und wenn ihr wissen wollt, was wir so alles erlebt haben, dann bleibt auf jeden Fall in dieser Folge dran. Ich würde sagen, leinen los und Ahoi! Freigereist. Geschichten aus der Welt. Der Podcast mit Jess und Tobi. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freigereist. Geschichten aus der Welt. Uh, diesmal andersrum. Sehr cool. Ja, wir haben uns heute, oh Gott, jetzt wollte ich an, wir haben uns heute hier versammelt. Wir haben uns das hier heute bequem gemacht für eine weitere Podcast-Folge und die wird sehr abenteuerlich. Ja, wir haben es in der letzten Folge schon ein bisschen angekündigt. Ja, wir haben übelst einen Cliffhanger gemacht. Denn ich habe eine Idee in den Kopf bekommen, wo Jess anfangs überhaupt nicht begeistert war. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage oder Versuche ich gebraucht habe, um dich davon zu überzeugen. Also, es geht um unsere Tour über den Amazonas mit dem Frachtschiff. Und das ist ja jetzt etwas, was man nicht jeden Tag macht und sicherlich auch etwas, ja, sehr Besonderes. Was viele sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen können. Genau, dass man das überhaupt machen kann. Oder gar nicht davon wissen. Also so ging es mir ja auch, als ich das erste Mal davon gehört habe. Ja, mir genauso. Ja, was für ein Bild hast du vor Augen, wenn du an unsere Zeit am Amazonas zurückdenkst? Mal als Einstieg. Dass es entspannter war als gedacht. Okay, aber das ist ja jetzt kein Bild. Beschreib mal wirklich, also hast du so ein, ja, einfach eine bestimmte Situation vor Augen, wenn du so an unsere Zeit zurückdenkst? Okay. Ein großer, ein breiter, brauner Fluss mit Bäumen außenrum, die deutlich niedriger sind, als ich dachte. Die deutlich niedriger sind, als du dachtest? Ja, ich habe irgendwie gedacht, im Dschungel sind die Bäume immer viel höher. Ja. Aber als wir dann da langgefahren sind, war das irgendwie doch ein bisschen flacher, als ich erst dachte. Okay. Wie beschreibst du es denn? Na, ich habe ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, deshalb habe ich auch gefragt. Es gab so diese Situation, kurz nachdem wir losgefahren sind, wo wir an der Seite saßen, auf der Bank und uns unterhalten haben. Einfach über irgendwas, also eigentlich den ganzen Abend lang, über mehrere Stunden. Und wir haben ein Bierchen getrunken und haben einfach nur aus dem, aus dem Fenster wollte ich gerade sagen, aber es gab ja gar kein Fenster. Wir haben so halt über den Fluss geguckt und haben einfach die Stimmung auf uns wirken lassen. Und das ist so mein Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke am Amazonas. Also wie wir da sitzen. Mhm. Ja. Also nicht, wie es außenrum aussieht. Na doch. Also ich habe, wenn ich mir jetzt so ein Foto vorstellen würde, dann würden wir beide in der Mitte sitzen, auf dieser Bank und würden über den Amazonas gucken, vom Boot aus. Und man würde halt auch schon die Landschaft so, also das Ufer auf der anderen Seite sehen und das Wasser und so. Und so ein leichter, ja, also es war ja schon dunkel, aber so ein ganz, ganz leichter Sonnenuntergang noch, der so kurz vorm zu Ende gehen ist. Okay. Wenn ich es so sehen würde, dann würde ich, glaube ich, eher die Hängematten sehen. Die Hängematten? Ja. Ja, okay, das ist auch schon, ja, ein sehr bezeichnendes Bild. Ja, genau. Also mit dem Frachtschiff kann man über den Amazonas fahren. Und das ist halt schon eine sehr interessante Tour, die man da unternehmen kann, denn die dauert ein paar Tage. Ja, es kommt drauf an, wo man losfährt, wo man hinfährt und vor allem, ob man flussauf oder flussabwärts fährt. Genau, also wir sind ja in Letizia gestartet. Wer unsere letzte Podcast-Folge gehört hat, der weiß das vielleicht noch. An dieser Stelle haben wir ja auch beendet, denn wir sind dann direkt quasi aus diesem Dschungel, wo wir waren, ja, mit dem Speedboat nochmal kurz zurück nach Letizia, haben uns da eine Hängematte gekauft. Ja, wir mussten für dich noch so ein paar Sachen organisieren. Genau, weil du hattest ja schon eine Hängematte. Genau, ich hatte so eine Reißer-Hängematte dabei, aber du hattest gar nichts. Und dann brauchten wir noch Seile für dich und die zwei Bärchen, die du gerade schon angesprochen hast. Nee, die hast du ja erst drüben geholt. Die hast du ja gar nicht in Letizia geholt. Und dann sind wir ja quasi schon direkt rüber gedüst. Und das war gar nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört. Was heißt denn jetzt rüber gedüst? Also wir müssen vielleicht nochmal kurz für die Leute, die die Folge jetzt hören und die anderen nicht gehört haben. Letizia liegt im Amazonas im Dreiländer-Dreieck auf der kolumbianischen Seite. Genau. Also Dreiländer-Dreieck heißt, es gibt drei Orte und die liegen in drei verschiedenen Länder. Wir haben Letizia auf der kolumbianischen Seite. Dann haben wir Tabatinga, das liegt direkt nebendran und ist auf der brasilianischen Seite. Und dann haben wir den Abfahrtsort Santa Rosa auf der peruanischen Seite. Übrigens, hast du gewusst, dass das eine Insel ist? Ja, jetzt wo du es sagst, kommt es mir wieder in den Kopf. Echt? Ich habe das heute erst erfahren, als ich es gegoogelt habe. Okay. Aber was man da auf jeden Fall schon mal rausgottet, das liegt auf der anderen Flussseite. Weil Tabatinga und Letizia sind miteinander verbunden und das ist auch eine Grenze ohne Checkpoints. Da kann man einfach von dem einen Land ins andere laufen und auf einmal ist dann alles auf Portugiesisch und man zahlt mit einer anderen Währung. Und wenn man möchte, kann man in die Polizeistation gehen und sich einen Stempel holen, aber muss man nicht. Genau. Wir sind einmal kurz rübergegangen an einem Nachmittag und haben da ein Foto vor dem Brasilien-Schild gemacht und sind dann wieder rübergelaufen. Das war eine ganz unspektakuläre Aktion. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, also in dieser Grenzregion kann man sich relativ frei bewegen, ohne dass es zu starke Kontrollen gibt. Also eigentlich gibt es gar keine. Ja, wobei wir ja, dadurch, dass wir ja nach Peru weitergefahren sind mit dem Frachtschiff, mussten wir uns ja dann schon ausstempeln in Letizia. Und das haben wir tatsächlich gemacht, bevor wir in den Dschungel gefahren sind und auf diese Tour aufgebrochen sind. Das heißt, wir waren zwei Tage in Kolumbien, obwohl wir eigentlich offiziell in Peru waren. Genau. Also wir sind quasi, bevor wir losgefahren sind in den Dschungel, haben wir uns vorne am Ufer, dort sind so schwimmende, wie nennt man das? Büros. Büros, ja. Also so Grenzbüros, wo man sich dann auf der kolumbianischen Seite ausstempeln lassen kann. Dann geht man einen Tisch nach rechts. Genau. Und direkt nebendran ist dann der peruanische Grenzschalter und da kann man sich dann einstempeln lassen. Und das haben wir dann gemacht, sind dann in den Dschungel gefahren und dann mussten wir das zwei Tage später, an dem Tag, mussten wir das dann nicht mehr machen. Ja, weil wir dann nicht mehr so viel Zeit hatten. Genau, weil auf der Seite von Santa Rosa war das nicht mehr möglich, weil wir auch direkt quasi auf das Schiff gegangen sind und dort auch schon kontrolliert wurden. Ja, also das war das Axie. Während das Schiff noch da stand. Ja, weil das Speedboot hat uns quasi direkt an das Boot gebracht. Ja, aber wir müssen dann auch mal, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Es gilt ja immer noch die Frage zu klären, wann und wo fährt das Schiff? Und das waren ja zwei Dinge, die wir nicht wussten, als wir vor Ort waren. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Akt war? Die konnte das auch keiner beantworten. Nee. Wir haben in unserem Hostel gefragt, die wussten das nicht. Dann haben wir den Guide von der Tour gefragt, der wusste das auch nicht. Der hat gemeint, ja, irgendwie so abends, aber so ganz genau weiß man es auch nicht. Hat der nicht sogar noch irgendjemand geschrieben? Ja, genau. Also da haben wir mehrere Menschen irgendwie gefragt und keiner konnte uns so richtig sagen, ob dieses Schiff überhaupt noch existiert und wenn ja, wann es fährt und auch wo es abfährt. Ja, und da fand ich es dann interessant, ich habe das nämlich auf einem Blog ja gelesen und ein bisschen recherchiert und die Info, die dort stand, hat tatsächlich am Ende gestimmt. Ja, nice. Die Reisenden wissen es am Ende dann doch. Nee, eigentlich ist es ja immer ganz gut, die Einheimischen zu fragen, aber in diesem Punkt war es tatsächlich so, dass die selber nicht so wirklich eine Ahnung davon hatten, wann und wo dieses Schiff abfährt. Und ja, dementsprechend sind wir dann auch einfach mal auf gut Glück rübergefahren. Also wir wussten irgendwie schon, dass es an diesem Tag abfahren würde. Warum auch immer. Irgendjemand hat uns das dann gesagt. Der meinte dann, ja, wenn es fährt, dann fährt es auf jeden Fall da. Also an diesem Tag. Und deswegen hatten wir uns ja auch schon so darauf vorbereitet und die Stempel geholt und alles. Aber es war irgendwie noch so ein bisschen Schuss ins Schwarze. Also wir wussten noch nicht so richtig, ob wir jetzt am nächsten Tag dann auf dem Amazonas fahren würden oder nicht. Ja, und dann sind wir ja zurückgefahren und haben dann die ganzen Sachen eingekauft und sind dann, weil die Sonne schon leicht am Untergehen war, etwas panisch zum Hafen gelaufen. Weil es hieß ja, das Schiff fährt irgendwann nach Sonnenuntergang ab. Also eine Uhrzeit hatten wir nicht. Wir wussten nur, okay, die Sonne steht etwas tiefer. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ja, wir sind eigentlich genau mit Sonnenuntergang übergesetzt. Genau. Also wir haben ja die Bilder auch noch davon. Da sieht man genau, dass die Sonne gerade am Horizont verschwindet. Ja, wir sind dann zum Hafen und haben dann irgendwie mit gebrochenem Spanisch so Barco a Santa Rosa gefragt. Und dann hat noch irgendeiner gesagt, ja, 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 ich nehme euch mit, ich nehme euch mit. Und dann haben wir noch gesagt, ja, aber wir müssen zum Schiff. Und dann so, ja, Fast Ferry, Fast Ferry. Und wir so, nein, Slow Ferry. Weil es gibt nämlich einen Unterschied. Es gibt ja dieses, das langsame Boot, mit dem wir gefahren sind. Also sein Frachtschiff. Mhm. Und es gibt aber auch noch ein Speedboat. Und das ist so, ja, so zwei Zweierreihen und unbequeme Sitze und unbequeme Fahrt, wie ich dann von anderen später erfahren habe. Genau. Also das, mit dem wir gefahren sind, das braucht tatsächlich auch zweieinhalb Tage und das andere, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, einen Tag, nur 24 Stunden, also die Hälfte der Zeit. Ja, auf jeden Fall nicht so lange. Und ja, wir wollten es auf jeden Fall spannend machen und halt die langsame Fähre nehmen. Auch die günstigere. Und das war halt auch das Problem, weil die Peruaner beziehungsweise die Kolumbianer haben das halt nicht so ganz verstanden. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, welche Nationalität unser Taxibootfahrer hatte. Nee, keine Ahnung. Das kann bestimmt auch beides gewesen sein. Ja. Naja, jedenfalls sind wir dann übergesetzt und sind dann losgefahren. Und wir hatten ja noch ein paar andere Leute drin. Und er hat dann noch zu uns gesagt, ja, wir sollen sitzen bleiben. Er lädt erst mal die Leute aus. Und ich hatte schon Schweißperlen auf der Stirn, weil ich dachte, wir verpassen dieses doofe Schiff. Und dann ist er ganz genüsslich über den Amazonas gefahren. Und dann hat er die erst mal noch ausgelassen. Dann hat er noch jemand anderen rausgelassen. Und dann irgendwann hat er dann gesagt, so, wir fahren jetzt zu einem Schiff. Ja, und dann standen wir plötzlich vor so einem Militärding. Und wir so, äh, what? Und er so, ja, Fast Ferry, Fast Ferry. Und wir dann wieder so, nee, Slow Ferry. Aber warum auch er uns dann zum Militärschiff gebracht hat. Ja, keine Ahnung. Aber es war so ein riesiges, also es war wirklich ein riesiges Teil. Und, ja. Ja, aber die Slow Ferry stand zum Glück neben dran. Also die war vielleicht 100 Meter entfernt. Ja, der war aber voll genervt. Dann haben wir da drauf gezeigt, weil das sah schon nach dem richtigen aus. Und dann hat er es irgendwie verstanden und uns dorthin gebracht. Wo er auch vorher, glaube ich, schon mal zwei Personen rausgeschmissen hatte. Wenn ich mich noch recht entsinne. Ja, stimmt. Aber wir haben es nicht so gecheckt, dass das das Boot ist. Ja. Ich hatte auch gesagt, wir sollen sitzen bleiben. Und in der Regel hört man da ja erst mal drauf. Genau. Naja, jedenfalls sind wir dann halt dort abgesetzt worden. Und ich habe dieses Schiff gesehen und ich dachte mir, ach du Scheiße. Ich habe mir gedacht, oh je. Also so ein altes Teil, zumindest mal von vorne, sah es jetzt nicht so gemütlich aus, muss ich sagen. Wie sah es denn aus? Weil ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Ach, ich kann das gar nicht so schwer. Okay, dann mache ich es. Ja. Also wenn ihr so eine Reihenfähre vielleicht kennt, wo man mit dem Auto drauf fahren kann. Das ist so ungefähr das unterste Stockwerk. Da konnte man auch vorne Sachen aufladen. Es war halt wie gesagt so ein, wie nennt man es, Transportschiff. Genau. Und dann waren aber oben drüber noch drei weitere Etagen. Und die unteren zwei Etagen waren so richtig im Bootsrumpf. Nicht im Rumpf mit drin, aber mit Metallwänden und Metallfenstern. Also die konnte man auch zumachen bei schlechtem Wetter. Und dann gab es noch ein Oberdeck, das war offen. Da war einfach... Also es hatte schon ein Dach, aber es war an den Seiten offen. Genau, wie so ein Carport. Jetzt mal, das ist das erste, was mir gerade eingefallen ist. Und da konnte man, glaube ich, Vorhänge vorziehen, wenn es geregnet hat. Oder wenn es windig war. Das haben wir dann nachts auch gemacht. Aber ansonsten war das offen und man hatte dort aber einen freieren Blick. Man hat auch ein bisschen bessere Durchlüftung gehabt. Ja. Ich muss aber sagen, wir sind ja eher zufällig bis ganz nach oben gelaufen. Weil die unteren beiden Decks, die waren ja schon gut gefüllt mit Einheimischen. Und da hingen auch schon einige Hängematten. Und wir haben halt gedacht, okay, gehen wir halt nach ganz oben. Und das Deck war leer, als wir angekommen sind. Und das war richtig cool. Wir konnten uns dann unseren Platz aussuchen und unsere Hängematten ganz gemütlich aufhängen. Und dann kamen noch außer uns vier weitere, oder waren es drei? Drei, glaube ich. Drei weitere Backpacker aus Frankreich und England. Und haben da sich dann auch ihre Hängematten aufgehangen. Und tatsächlich wurde es dann auf unserem Deck erst am nächsten Tag voller. Ja. Und dann haben aber eigentlich alle, nachdem sie auf dem Boot waren, nur noch darauf gewartet, dass wir abfahren. Weil, wann es losgeht, wusste immer noch keiner. Nur alle wussten, irgendwann fahren wir heute. Und die Besonderheit ist vielleicht auch noch, warum Chessfreund so ein bisschen panisch war. Dieses Boot fährt nicht jeden Tag. Also es hat immer so ein paar Tage, es fährt man hoch und dann kommt es wieder zurück. Deshalb war es, glaube ich, auch noch ein bisschen Sorge. Ja, man muss den richtigen Zeitpunkt abpassen, an dem das Boot fährt. Ja. Es war auch recht günstig. Ich kann mich leider nicht mehr genau an den Preis erinnern. 20 Euro. 20 Euro umgerechnet. Okay. Für zwei Tage mit All-Inclusive. Also wir hatten Frühstück. All-Inclusive. Ja, es war so. Den Pool konnte man auch benutzen und die Sauna unten. Nein, aber wir hatten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und es war erstaunlich lecker. Also das war echt überraschend, was wir gar nicht gedacht haben. Es war jetzt kein Fünf-Sterne-Menü, also es war auch mit Fleisch. Deswegen hat Tobi dann immer ein bisschen mehr gegessen als ich. Für Vegetarier gab es da nicht so viel. Ja, aber im Großen und Ganzen war es schon ausreichend und auch, ja, also man hat es überlebt, würde ich jetzt sagen. Nein, aber es wurde ja frisch gekocht, das hat man schon gemerkt. Ja, das stimmt. Ich habe gelesen, dass man früher sogar seinen eigenen Teller und sein eigenes Geschirr halt mitbringen musste. Ja, ist doch sinnvoller. Ja, das ist jetzt heute nicht mehr so. Dafür ist aber halt alles mit Styropor. Und ich habe auch leider, leider, leider gesehen, wie der Mensch, der das Essen verteilt hat, anschließend die Styropor- und Plastiksachen eingesammelt hat und die Tüte einfach vom Schiff geworfen hat. Aber auch vor allem die anderen Passagiere. Die haben ja ihre Teller teilweise nicht mal in den Mülleimer gebracht, sondern die haben es einfach direkt runtergeschmissen. Ja, ja. Ja, das haben wir leider beobachten müssen. Also dann, ja, in dem Fall wäre es tatsächlich schon sinnvoller, wenn man sein eigenes Geschirr mitbringt. Und, ja, man konnte tatsächlich auch eine Kabine mieten. Das habe ich vor Ort dann gesehen. Und ich habe mich am Anfang geärgert und dachte so, naja, ein bisschen Privatsphäre wäre schon schön und dann kann man ja seine Sachen wegsperren. Und dann bin ich irgendwann an dieser Kabine vorbeigelaufen. Und alter Falter, das war, boah, das war schlimmer als ein Knast. Also erst mal gab es da drin kein Fenster und es hat so dermaßen nach Pisse gestunken. Nee, weil das Klo war direkt nebendran. Ich bin da dran vorbeigelaufen, ich bin fast umgefallen. Ich dachte mir, ey, wie kann man denn da drin auch nur ein Auge zumachen? Und da haben tatsächlich auch Menschen, ja, drin gehaust, sage ich jetzt mal. Ja. Aber da hättest du halt keine Hängematte gebraucht. Ich finde aber dieses Abenteuer da, sich da draußen halt wirklich an Deck hinzulegen oder hinzuhängen, besser gesagt, unter den ganzen Einheimischen, die ja dann in den nächsten Tagen dazukamen, das war schon viel cooler. Also das war schon ein Abenteuer für sich. Wir hatten ja dann uns irgendwann mit unserem Bierchen hingesetzt und dann hat es ja irgendwie laut getutelt und dann ist das Teil losgefahren. Hat sich ja dann tatsächlich irgendwann in Bewegung gesetzt. Und wir haben uns angeguckt und dachten so, geil, es fährt los. Aber da kam doch erst noch der Zoll, oder? Ach so, ja. Oder kamen die unterwegs? Nee, nee, die kamen tatsächlich, bevor es losging. Aber ich habe ja vorhin schon erzählt, dass die uns quasi kontrolliert haben, als das Schiff noch stand. Ah, das habe ich nicht gehört. Ach so, ja, genau. Und die Bierchen, die hast du ja noch geholt. Und das war ja auch so ein Akt, wo ich gedacht hätte, jetzt ist vorbei. Ja, da sind die anderen Backpacker hochgekommen und hatten halt noch kaltes Bier. Und ich so, hä, wo habt ihr das her? Und die so, ja, da hinten aus dem Ort. Und ich so, ja, okay. Ich habe, glaube ich, auch den Kapitän unten gefragt, der uns auch erst abgasiert hatte, direkt, als wir aufs Boot draufgekommen sind. Das war relativ einfach. Einfach zu ihm hin. Er hat gefragt, wo wollt ihr hinfahren? Und den Betrag dann hat er gesagt, sucht euch einen Platz raus. Und er hat gesagt, ja, ich habe noch Zeit und kann mir was kaufen. Also ich bin jetzt nicht einfach gutmütig vom Boot runter und einfach mal los. Aber ich bin ja dann so einig, ich denke mir so, der kann dir viel erzählen. Und der hat ja dein Geld. Ja, jedenfalls ist Tobi dann wieder vom Schiff. Und ich saß da und dachte mir so, was machen wir denn jetzt, wenn das Schiff sich jetzt irgendwie in Gang setzt? Dann sitze ich hier auf dem Schiff und Tobi ist auf einer Insel auf dem Amazonas gefangen. Ja, war auf jeden Fall spannend, weil du warst auch echt lange weg. Ich glaube, so 30 Minuten hat es bestimmt gedauert. Na, das kann sein, ja. Ja, naja, jedenfalls hast du dann Bier geholt. Und ja, das haben wir ja dann getrunken, als es dann losging. Und das war so richtig, richtig cool, weil, ja, wie gesagt, ich habe ja dieses Bild vorhin beschrieben. Es war so ein leichter Sonnenuntergang noch, so die letzten Atemzüge der Sonne und dann so ein leichter Wind und es war alles so leise und dann ist der Regenwald so an uns vorbei und es war echt schön. Und wir haben uns ja echt lange und gut unterhalten und haben nicht mal mitgekriegt, dass alle anderen um uns herum eingeschlafen sind. Und die haben sich ja dann in ihre Hängematten verkrochen und, ja, sind dann eingeschlafen und wir haben immer noch da gesessen und geredet. Ich glaube, bis spät in die Nacht. Man muss vielleicht aber bedenken, um 17.30 Uhr geht dort die Sonne unter. Also da ist es relativ früh dunkler und die Leute gehen dann halt doch mehr nach dem Sonnenrhythmus. Ja, aber ich glaube, es war schon so, ich würde mal sagen, 22 Uhr, bis wir dann gemerkt haben, dass die anderen schlafen. Das kann sein, ja. Und dann hast du ja so hochgeguckt, das weiß ich noch, und dann hast du gesagt, ach, guck mal, man sieht hier richtig gut die Sterne. Und dann kamst du ja auf diese Idee, dass wir hinten über diese Reling klettern könnten, weil da war so eine kleine Freifläche. Also kein Dach oben drüber. Genau, da war kein Dach oben drüber. Und du wolltest halt dann ganz rammontisch, wollte ich sagen, ganz rammontisch mit mir die Sterne gucken. Da ist ja keine Lichtverschmutzung. Da ist ja eine Regenweite, das ist optimal dafür geeignet. Ja, und ich bin ja so ein kleiner Schisser, ich die ganze Zeit so, oh, bist du dir sicher? Und ich weiß nicht. Und es ist verboten, weil da stand halt auch, man soll nicht drüber klettern. Ja, haben wir dann trotzdem gemacht. Und es war auch echt schön. Und es war auch so super, super leise. Man hat nur so leicht den Fahrtwind gehört. Ja, und dann hat es irgendwann geknallt. Aber so richtig. Und dann war ich so, was war das? Und Jess hat schon wieder gedacht, wir wurden beschossen. Ja, also es war aber auch ein Schuss. Kleiner Hint auf die letzte Folge. Ja, und was war ich wieder schnell auf der anderen Seite, du? Das stimmt. Wie so ein Reh. Also wirklich, ich bin, ja, schneller wie der Blitz über diesen Zaun geklettert. Ich habe sämtliche physikalischen Kräfte ausgehebelt. Und war da ganz schnell wieder auf der anderen Seite und habe am ganzen Leib gezittert und dachte mir so, warum schießt hier irgendeiner auf dem Amazonas rum? Was soll das? Ja, und dann war Jess ganz schnell in ihrer Hängematte. Ja, ich habe gedacht, das war ein Warnzeichen oder so, dass wir da nicht hätten über die Reling klettern dürfen. Und irgendeiner hat uns gesehen und hat dann so halt einen Warnschuss abgegeben oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt ganz lieb und gehe in meine Hängematte. Ja, aber an dem Abend konnten wir nicht auflösen, was das war. Nee. Das haben wir erst die Nacht danach erfahren. Ja, und es war so eine schreckliche Nacht. Boah, kannst du dich noch daran erinnern? Definitiv. Ich habe ja so dermaßen gefroren. Also ich glaube, das ist jetzt für viele vielleicht ein bisschen überraschend, weil für uns war es genauso. Wenn man an den Regenwald denkt, denkt man, das ist ja warm, schwül und man kommt aus dem Schwitzen gar nicht mehr raus. Tagsüber kann das schon so sein. Nachts kühlt es da so dermaßen ab und man überhaupt nicht rechnet. Also wir hatten jetzt nicht Winterklamotten dabei und ja, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass der Franzose ja so eine Hängematte hatte mit Fliegenschutz oder mit Mückenschutz. Ja, das war so eine Hängematte mit zusammengenähten Moskito. Ja, aber das hätte er nachts gar nicht gebraucht, weil es war so kalt, die Mücken hätten da nichts gefunden. Also wir wären da gar nicht hingekommen. Also wir hatten gar kein Mückennetz. Und wir wurden auch nicht belästigt. Ja, und dann wurde es irgendwie immer kälter und Jess hat sich gedreht und konnte nicht schlafen und hat irgendwann richtig angefangen zu zittern. Ich habe auch die ganze Zeit so, Tobi, mir ist so kalt. Ja, ich bin da irgendwie eingeschlafen und Jess hat mich wieder geweckt und auf jeden Fall ging das Ganze so weit, dass ich am Ende aus dem Erste-Hilfe-Set eine Notfallrettungsdecke geholt habe. Also diese silber-goldene, die ihr vielleicht auch aus dem Auto kennt, kann ich jedem Reisenden nur empfehlen, sowas dabei zu haben. Haben wir schon mehrmals gebraucht mittlerweile. Im Anschluss schon mehrmals gebraucht, genau. Ja, dann haben wir Jess darin eingepackt. Du hast dich auch noch zu mir in die Hängematte gelegt. Ja, das wurde ja bei dir dann erst nicht besser. Das Schöne ist, diese Dinger rascheln unglaublich. Ich habe das ganze Boot wahrscheinlich unterhalten. Am besten gleich noch ein Päckchen Oropax nebendran, neben die Rettungsdecke. Oder gleich zwei Paar für den Nachbarn gleich da dazu. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viel Grad das waren. Ich vermute so um die zehn. Ja, ich überlege gerade, ob ich überhaupt lange Klamotten dabei hatte. Aber ein bisschen was muss ich ja schon gehabt haben. Regenjacke und so. Aber hat nicht geholfen. Ja, einen dicken Pulli auf jeden Fall nicht, weil den haben wir ja erst ein paar Tage später gekauft. Ja, jedenfalls irgendwann bin ich ja dann mal eingeschlafen. Also, das hat ja dann doch gewirkt. Ja, und dann waren wir am nächsten Morgen aber mit als erstes sogar wieder wach. Ja. Also, so gegen sechs geht ja die Sonne auf und ich bin wach geworden, habe mich an die Reling gesetzt, an die Stelle, wo Jess ja vorhin so bildhaft geschrieben hat. Und ja, aufs Wasser geschaut und Jess ist dann irgendwann auch tatsächlich wach geworden und zu mir gekommen und das ganze restliche Boot hat noch geschlafen. Ja. Also, die sind alle vor uns ins Bett und nach uns aufgestanden. Aber das Ding war ja auch, dass uns aufgefallen ist, dass wir gar nicht fahren. Also, ich bin ja in der Nacht irgendwann wach geworden und habe gemerkt, wir stehen. Und dann... Ach stimmt, ich bin gerade im Tag weitergesprungen. Alles gut. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, naja, vielleicht machen wir gerade irgendwie Pause, laden irgendwie Sachen aus oder so und bin dann halt wieder eingeschlafen. Und dann bin ich halt morgens dann wieder aufgewacht und dann haben wir immer noch gestanden. Ja, stimmt. Und dann hast du doch bei Google geguckt, wo wir uns befinden. Ja, oder bei Maps.me, weil ich glaube, Google Empfang hatte ich da jetzt nicht. Ja, okay, oder bei Maps.me. Ja, jedenfalls hast du halt gecheckt, wo wir uns gerade befinden. Ja, und dann waren wir irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer weitergekommen. Also, wir waren ungefähr auf der gleichen Höhe wie in dem Ausgangsort unserer Dschungeltour vom Tag vorher, wo wir mit dem Speedboot ja zurück nach Letizia gefahren sind. Und wir so, das geht ja gut los. Also, dafür, dass wir 48 Stunden später ankommen sollen, insgesamt von Abfahrt, sind wir jetzt gerade irgendwie ein Nachbarort weitergekommen, der sehr nah ist. Okay. Ja, aber es war so, so schön. Also, du hattest schon recht, es war der Tag, an dem noch alle geschlafen haben, wo wir da morgens dann das Dorf beim Aufwachen beobachtet haben, wo dann der Sonnenaufgang war und es war so... Nee, dann warte mal auf meine Story vom zweiten Tag, da war noch was anderes. Ach so, okay. Ja, gut, dann erzähle ich erst meine, ja. Ja. Genau, und es war so ein wunderschöner Sonnenaufgang. Also, wirklich wie aus dem Bilderbuch, so dieses orangene Licht und es hat alles so schön geschimmert. Und wir standen halt an so einem Dörfchen, wie man sich das so vorstellt, wenn man jetzt so ein Bild von so einem Amazonasdorf vor Augen hat. Also, diese kleinen Holzhütten mit den Stelzen und lauter kleine Boote und es sah wirklich schön aus. Und ja... Ein Bild in der Instagram-Story, für den es interessiert. Genau, ich brauche gleich noch ein Bild rein. Das war aber ein bisschen größeres Dorf, das war jetzt nicht so ein ganz kleines. Nein, also, ja, für den Amazonas war es auf jeden Fall ein großes Dorf, das stimmt. Genau, und am Anfang war halt noch gar nichts los und als dann die Sonne so ein bisschen höher geklettert ist, sind auf einmal die ganzen Fischer aus ihren Häusern gekommen und die ganzen Leute, die Frauen mit ihren Kleidern, die dann Wäsche gewaschen haben und so. Und das war richtig cool zu sehen, wie dieses Dorf zum Leben erweckt. Also, es war wirklich ein Highlight. All die anderen haben es nicht gesehen. Das war richtig toll und ich habe halt ganz viele Fotos gemacht. Ich habe noch deine Kamera, glaube ich, ein bisschen missbraucht dafür. Und habe dann noch einen Fischer beobachtet, der dann sich fertig gemacht hat und bei uns dann losgefahren ist und so. Und ja, dann kam irgendwann auch schon der Typ hoch und hat ganz laut Desakuno geschrien. Und dann gab es Frühstück. Ja, und wir haben eigentlich die ganze Zeit aber darauf gewartet, dass das Boot fertig belohnen wird. Das waren mehrere Stunden. Ich glaube, gegen elf oder so sind wir erst weitergefahren. Keine Ahnung mehr. Aber es ging auf jeden Fall weiter dann. Ja, aber wir haben uns auch irgendwie nicht getraut, vom Boot zu gehen. Nee, das stimmt. Das würde ich jetzt aber diesen Zwischenstops auch echt nicht mehr machen, glaube ich, dann. Das stimmt. Aber dann fragt man sich so, ja, toll, jetzt schippert ihr über den Amazon aus. Was macht man denn eigentlich da so den ganzen Tag? Weil für uns ging ja dann auch der erste Tag so richtig los. Ey, das habe ich mich aber auch gefragt, bevor wir da hingekommen sind. Ja, oder was machen wir denn dann den ganzen Tag? Ja, du könntest ja Blogbeitrag schreiben oder lesen. Also haben wir uns doch richtig noch überlegt, was können wir, richtig überlegt nicht, aber wir werden schon irgendwie eine Beschäftigung finden oder irgendwie auf Netflix was schauen. Wir hätten ja vorher Narcos angefangen und so weiter. Also wir haben uns auch schon von der Außenwelt abgemeldet. Also wir haben schon geschrieben, dass wir nicht erreichbar sein werden, aber wir haben uns trotzdem irgendwie überlegt, was man halt dann so für eine Zeit machen könnte. Ja, es gibt ja schon Sachen, die man offline machen kann. Ja. Auf jeden Fall, Sophie, kann man sagen, von all dem, was wir gerade aufgezählt haben, haben wir am Ende nichts gemacht. Wir haben den Laptop kein einziges Mal rausgeholt, wir haben das Buch kein einziges Mal rausgeholt und ich glaube, ich habe vielleicht eine Folge auf Netflix irgendwas geschaut. Echt? Hast du doch was geschaut? Vielleicht, das will ich jetzt nicht ganz ausschließen, aber es könnte auch sein, dass wir wirklich gar nichts davon gemacht haben. Okay, ja, also ich definitiv nicht. Ich habe mir es ja fest vorgenommen, ein paar Blogbeiträge zu schreiben, aber mein Laptop ist die ganze Zeit in der Tasche geblieben. Ich habe nur in der Hängematte gelegen oder bin ein bisschen rumgewatschelt auf dem Deck und habe so ein bisschen das Ufer beobachtet, weil es war halt auch einfach spannend. Ja, wobei man sieht die ganze Zeit nur Bäume vorbeiziehen und ab und zu kommt mal ein Dorf. Ja, aber die Dörfer sind richtig cool. Also ich finde es so interessant, weil jetzt im Vorhinein und im Nachhinein kann ich mir das so schwer vorstellen, dass uns nicht langweilig wurde. Echt, im Nachhinein auch? Ja, ich finde es immer noch surreal, dass man da wirklich 48 Stunden auf dem Boot ist. Okay, da sind zwei Nächte dazwischen. Ja. Aber ansonsten hat man ja wirklich so den ganzen Tag und einfach 32 Stunden, an denen man nichts macht. Ja, das stimmt. Aber man macht ja nicht nichts. Also der Kopf arbeitet ja trotzdem und man beobachtet und man entspannt. Und das war, also für mich waren das die entspanntesten drei Tage, die ich auf Reisen je hatte. Auch jetzt noch, würde ich schon so sagen. Und das habe ich halt überhaupt nicht erwartet, weil ich war ja, wie gesagt, am Anfang ganz dagegen, diese Tour überhaupt zu machen, weil ich dachte, oh Gott, und das ist doch langweilig. Und was willst du denn da die ganze Zeit auf dem Boot und so? Und am Ende war ich diejenige, die davon voll geschwärmt hat und gesagt hat, oh, wie schön. Ja, aber du bist ja wirklich eine Person, die sich sehr schnell langweilt. Ja, ich habe immer Hummeln im Hintern. Ich muss immer was machen. Ich muss immer irgendwie, ja, mein Gehirn anstrengen. Und das gab es da halt nicht. Ich war gezwungen, irgendwie mal kurz abzuschalten für ein paar Tage und einfach mal, ja, Gedanken, Gedanken sein lassen. Also das ist wirklich, falls ihr mal abschalten wollt, vielleicht auch ein Land verarbeiten wollt, dann macht so eine Tour und macht euch keine Sorge, dass es euch langweilig wird. Nehmt ein Buch mit, nehmt vielleicht irgendwelche Serien, ladet sie euch vorher runter, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel davon brauchen. Ja, also in meinem Fall war es ja auch so, dass die Kolumbienreise durch die ganze Krankheit, die ich da mit mir rumgeschleppt hatte, die ja by the way immer noch da war, also das Drüsenfieber war ja nicht weg. Aber in der Zeit hat es ja zum Glück mal. Ich hatte eine gute Phase, genau. Aber dadurch, dass das so schwer war in Kolumbien, hatte ich ja wirklich einen ganzen Brocken, den ich verarbeiten musste. Und ich glaube, das ist mir da am Amazonas ganz gut gelungen. Ja, das kannst du besser beurteilen als ich. Ja, wir haben ja unterwegs ein paar Mal angehalten und auch das war ja richtig spannend. Du vor allem, du hast ja total, du kamst ja immer wieder zurück, hey, die laden gerade ein Schaf ein. Der oder eine Kuh während der Fahrt. Ja, stimmt, das kam so mit dem Boot angefahren. Ja, ich meine, ich habe dann immer geguckt vorne, stand an der Reling und habe geguckt, was wir so aufladen. Ist ja interessant, was lädt man eigentlich so ein. Und ja, kann man auf jeden Fall auch nur empfinden. Irgendwas muss man ja noch machen den Tag über. Und das war immer eine gute Möglichkeit, um sich ein bisschen abzulenken. Ja, ja. Dann erzähl mal von deinem zweiten Tag. Ich bin ganz gespannt, was da passiert ist. Ja. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, auf jeden Fall erst mal die zweite Nacht, die war erstaunlicherweise doch wärmer. Ich glaube, da konntest du ja dann auch ohne Rettungsdecke schlafen. Ja. Da war es nicht mehr ganz so kalt. Und als wir da dann morgens aufgewacht sind und alle anderen noch geschlafen haben, saßen wir dann an der Reling und haben aufs Wasser geschaut und dann ein ganz besonderes Amazonastier gesehen. Ah, ja. Oh Gott, das hätte ich ja jetzt komplett vergessen. Ja, und alle anderen haben geschlafen und wir haben dann diese pinken Delfine gesehen. Ja, stimmt. Aber nur so ganz kurz. Nur ganz kurz, sie waren vielleicht so zwei, dreimal aus der Welle rausgesprungen und dann waren sie weg. Also ich muss zugeben, ich habe sie nur aus der Seite gesehen, weil ich stand so ein bisschen blöd, aber du hast sie ja komplett gesehen. Ja. Und dann habe ich mich da noch so umgedreht und habe gesagt, sag mal, war das gerade ein Delfin? Und du so, ja. Als wäre das so selbstverständlich. Weil das Ding war ja, dass wir die eigentlich hätten auf der Dschungeltour auch sehen sollen. Genau, aber da haben wir früher abgebrochen, weil wir ja halt zu dem Schiff zurück wollten. Ja, also die Dschungeltour in Letizia, die wäre eigentlich drei Tage gegangen und wir hatten sie, glaube ich, nur zwei gemacht. Genau, ja. Und den dritten Tag, das wäre halt sowas mit Piranha-Fischen und Delfin-Beobachtungen oder wie man das nennen soll. Ja, da wären wir irgendwie auch mit dem Boot von denen rausgefahren auf dem Amazonas und hätten dann geschaut, dass wir die irgendwo finden. Aber das wäre ja für mich sowieso nicht so geil gewesen. Also Fischen sowieso nicht. Und ja gut, ein paar Delfine hätte ich mir schon angeguckt. Aber die haben wir ja jetzt dann auch gesehen. Genau, die haben wir gesehen und alle anderen haben in dem Moment noch geschlafen. Ja, und wir waren wieder die Einzigen. Und das ist so, wenn man das dann so im Nachhinein erzählt, dann glaubt einem das immer keiner. Weil die Engländer oder der Franzose, die da auf dem Boot waren, denen haben wir das ja erzählt. Wir haben Delfine gesehen und die so, hä? Ja, klar. Ich weiß gar nicht, der eine Engländer, der ist ja vorher von Brasilien losgefahren. Also man muss jetzt vielleicht noch kurz vorstellen, wir fahren gerade flussaufwärts, also von Letizia Richtung Peru. Iquitos. Und der eine Engländer, der ist aber von Manaus aus Brasilien gekommen. Ja, also der war schon ein paar Tage länger unterwegs. Ich glaube, fünf Tage, meinte er. Ja, das ist schon krass. Das ist auch nochmal eine Hausnummer. Weißt du noch, ob er die Delfine gesehen hatte oder nicht? Boah, ich denke schon. Aber also so ganz, ganz dunkel erinnere ich mich dran. Okay, ist ja eigentlich auch für die Hörer egal. Ja, es ist völlig egal. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, sie zu sehen, ist jetzt nicht so gering. Aber wir hätten sie auf jeden Fall dann zum Glück an dem Morgen noch sehen können. Ja, ja. Also man kann gar nicht so viel erzählen, was da tagsüber passiert ist, weil es ist halt einfach passiert. Und man hat die Zeit gar nicht mehr so wahrgenommen. Und dann kam irgendwann auch schon wieder Mittagessen und dann kam auch wieder Abendessen. Das klingt jetzt total langweilig, aber ich schwöre euch, das war es nicht. Es war wirklich geil. Ja, die sind ja auch dann zwischendurch an so kleinen Orten vorbeigekommen, wo dann wirklich gefühlt fünf Häuser standen. Und die Kinder haben sich dann immer so mega gefreut, weil das irgendwie so ein Highlight für die war, wenn das Boot mal wieder alle paar Tage vorbeifährt. Die sind dann immer angerannt gekommen und sind mit dem Boot so ein bisschen mitgerannt. Für eine Weile. Und dann irgendwann haben sie halt aufgehört. Das war schon cool, das zu beobachten. Und da gab es dann einfach den Unterschied, dass bei manchen Orten sind wir halt wirklich an den Pier rangefahren und haben richtig Sachen abgeladen. Aber wie ich ja vorhin auch meinte, auch während der Fahrt wurde mal eine Kuh aufgeladen oder eine Ziege war es, glaube ich. Die Kuh kam, glaube ich, wirklich normal an. Aber da sind dann halt auch wirklich Leute aus dem Ort quasi mit einem Boot an unser Boot rangefahren worden und haben dann ihre Sachen eingeladen oder Personen ein und aus und wurden dann so während der Fahrt umgesattelt. Damit der Zeitplan halt eingehalten wird. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie an jedem Ort so ranhalten können wahrscheinlich. Ah ja, stimmt. Ja, es gab auch nicht überall Stege. Es waren ja schon echt teilweise Orte mit so vier Häusern oder so. Aber auch sehr, sehr arm. Ich habe da auch teilweise Bilder gemacht, wo die Häuser von Fluten weggetrieben sind, die teilweise zerstört waren. Oder ja, wo die nur noch zur Hälfte dort standen. Also sowas haben wir auch ganz viel gesehen. Ja, aber was hatten wir denn sonst noch tagsüber jetzt für dann ein Erlebnis? Ah, sprichst du auf das besondere Erlebnis an, was ich hatte, als ich auf Toilette gegangen bin? Genau, ja. Das klingt jetzt aber auch ein bisschen komisch. So ist es nicht. Ja, es war. Das war dann am nächsten Morgen. Ich glaube, dann haben wir wieder in der Nacht geschlafen. Ja. Und am nächsten Morgen dann, als du aufgestanden bist und aufs Klo musstest. Genau. Die Toilette, die war halt vorne am Teil des Schiffes. Ich bin da halt hingelaufen. Ganz normal, weil das habe ich ja die letzten Tage auch immer gemacht. Schön an diesen komischen Räumen vorbei, die man sich da mieten konnte und wollte auf Toilette gehen. Und dann stand da halt ein Mann, also in Camouflage und hat mich halt zurückgehalten und meinte so, nee, jetzt nicht. Und ich musste aber wirklich dringend. Und dann ist so, ja, aber ich muss wirklich nur auf Toilette. Und er so, nein, du gehst jetzt zurück. Und das hat er dann halt immer bestimmter gesagt. Und dann habe ich halt so ein bisschen an ihm vorbeigelugt und habe dann so vier oder drei oder vier Leute gesehen in Camouflage mit einem Gewehr. Ja, und dann bin ich ganz, ganz schnell wieder zurückgelaufen zu Tobi und meinte dann so, ey, ich weiß nicht, was da abgeht, aber da vorne stehen ganz viele Leute in Militärklamotten und die haben Waffen. Dann haben wir auch festgestellt, dass der Aufgang, das Gitter, dass das zu war und dass da ein Vorhängeschloss dran war. Also dass wir quasi auf unserem Deck eingesperrt waren. Ja, wir waren nämlich auf dem obersten Deck, wie vorhin erwähnt. Und da war halt auch die Brücke, also der Kapitän. Und unser Raum war noch auch durch so Stahltüren ein bisschen abgeschottet nach vorne. Also die konnte man auf und zu machen und eigentlich waren die sonst immer offen. In dem Fall dann aber auch zu. Und dann wussten wir aber überhaupt nicht, was abgeht. Also wir saßen dann hinter dieser Tür und haben einfach nur gewartet. Ich war noch richtig sauer. Ich dachte mir so, warum lässt der mich denn jetzt nicht aufs Klo gehen? Was soll denn das? Ja, und dann kam ein weiterer Schuss. Und ich glaube sogar noch einer. Und dann hast du ja oben den Typen gesehen mit dem Scharfschützen. Genau, davon gibt es auch Bild, weil die Tür war nämlich dann mal offen. Ja, und dann habe ich so aufs Wasser geguckt und dann kamen halt zwei Piraten angefahren. Also wir vermuten, dass es Piraten waren. Ja, auf jeden Fall. Davon haben wir vorher auch schon gelesen. Das war dann einfach so eine Holzbaracke, die komplett, ja, das sah einfach wie ein komisches Speedboot außen, was so komplett zugemacht war. Und da haben sie dann quasi Warnschüsse abgegeben. Also damit die sich nicht nähern. Genau. Ja, das war schon krass. Also wir fragen uns immer noch, was wir transportiert haben. Ja, irgendwas Wertvolles muss es gewesen sein. Weil ab dem Moment hatten wir dauerhaft zwei bewaffnete Personen an Bord. Ich glaube, die eine Hälfte ist dann irgendwie wieder runter. Und es ist auch immer wieder ein Schuss gefallen. Also es war nicht das einzige Mal. Ja, auch nachts dann nochmal. Ja. Ja, das war auf jeden Fall interessant. Es ging jedes Mal in Mark und Bein. Mich hat es jedes Mal geschüttelt, wenn ich einen Schuss gehört habe. Weil ich dachte mir, hui. Also ich meine, wir sind hier mitten auf dem Amazonas. Irgendwo zwischen zwei Welten. Und wir haben kein Handyempfang. Und wenn uns jetzt hier irgendwas passiert, das kriegen die wahrscheinlich alle ersten paar Tage später mit. Wenn nicht sogar Wochen. Also da ist mir schon ein bisschen die Pumpe gegangen, muss ich sagen. Also ich vermute ja, dass wir irgendwie Geld wahrscheinlich transportiert haben. Ja. Weil es gab ja schon Orte dazwischen und dort gibt es halt keine Straßen. Also es ist halt wirklich das einzige Verkehrsmittel, ist in dem Fall das Boot. Da gibt es auch keine Flugzeuge oder sonst irgendwas. Ich denke auch, dass Touristen recht interessant sind, wenn ich ehrlich bin. Das kann auch sein. Aber denkst du wirklich, die haben jetzt vier Soldaten für uns da oder vier bewaffnete Männer? Ich glaube, Soldaten waren es nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, es war die Gesamtsituation. Wahrscheinlich sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Wir haben uns jetzt aber nicht unsicher gefühlt, glaube ich. Nee, unsicher nicht. Aber es war schon erschreckend. Also ich fand, es war erschreckend. Hat mir jetzt nicht unheimlich Angst gemacht. Aber ich meine, sowas erlebt man ja nicht jeden Tag. Ja, aber irgendwann haben sie auf jeden Fall auch die Falltür wieder aufgemacht, damit man auch wieder runtergehen konnte oder das Essen konnte zu uns wieder hochkommen. Ich durfte dann auch irgendwann auf Toilette gehen. Ja. Haben sie mich dann doch gelassen. Ja, und dann war die ganze Geschichte ja auch irgendwann schon fast wieder vorbei. Das ging ja dann echt flott. Ja, nach 48 Stunden sind wir dann in Iquitos angekommen. Hm, was hast du denn gedacht, als wir angekommen sind? Also als du so den Ort gesehen hast? Krass. Hier ist ganz schön voll. Ja. Direkt neben uns dann irgendwie auch ein Auto auf dem Dach vom Boot. Das war auch ganz lustig. Ich war ja noch nie in Indien, aber genau so hätte ich mir Indien vorgestellt. Ja, das könnte schon sein. Das war halt so am Flussufer, da sind dann ganz viele Leute angekommen. Also einen richtigen Hafen gab es da irgendwie nicht. Nee. Also da sind einfach alle Boote irgendwie so nah, wie sie konnten, ans Wasser rangefahren. Und dann wurde halt so ein Steg ausgelegt, damit man runterkommt oder auch Sachen abladen kann. Wir sind dann auch runter und haben uns dann mit den anderen Backpackern noch ein Rikscha-Taxi, das war ja auch so ein ganz komisches Ding, in Richtung Stadt geteilt. Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, um Iquitos einzuordnen. Das ist ja jetzt nicht irgendeine Stadt am Amazonas, sondern es ist eine peruanische Stadt und die liegt ja total isoliert. Also die kann man tatsächlich nur per Flugzeug oder mit dem Frachtschiff erreichen. Das ist die größte Stadt der Welt, die man nicht mehr per Straße erreichen kann. Ja, genau. Also es führt wirklich keine Straße von Iquitos weg oder nach Iquitos hin. Und da leben über 400.000 Personen, meine ich. Woher weißt du das? Das habe ich mir aufgeschrieben hier. Manche Dinge kann ich mir ja merken. Boah, krass. Das sind wirklich 400.000 Menschen. Boah, voll aufs Schwarze getroffen bei der Zahl. Ich bin gerade wirklich baff. Der Tobi hat hier keine Notizen, die habe nur ich. Ja, man muss aber dazu sagen, es ist halt jetzt nicht unbedingt eine Schönheit. Also die Stadt. Naja, es gab so ein bisschen Altstadt. Es gab ein paar schöne Ecken, aber mehr schlecht als recht, finde ich. Also ist jetzt so mein Eindruck. Es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, aber. Es ist so einfach ein bisschen der Drehpunkt vom Dschungel von Peru. Also dort starten eigentlich die meisten Dschungel-Expeditionen. Bekannt ist es, glaube ich, auch als Ausgangsort für so viele Ayahuasca-Zeremonien. In der Regel startet man von dort und fährt dann irgendwo Nachbarabzweig vom Amazonas. Man könnte von dort auch noch mit dem Boot weiterfahren, noch weiter Richtung Peru rein, bis man an der Stadt ankommt, die an der Straße angeschlossen ist. Und von dort könnte man dann rein theoretisch ins restliche Land per Bus fahren, was wir ja aber nicht gemacht haben. Weißt du denn, wie die Stadt entstanden ist? Also ich meine, es ist ja schon ungewöhnlich, dass es sich so eine Stadt am Amazonas entwickelt, ohne dass man da irgendwie per Auto hinkommt. Weiß ich nicht. Ich habe nämlich gegoogelt und es war damals eine Verteidigungsbastion gegen die indigenen Völker. Und die, also die wollten sich damals nicht bekehren lassen und deswegen hat man diese Stadt errichtet, um sich zu verteidigen. Und ja, mit dem Kautschuk-Boom wuchs dann die Stadt und dann kam die Sklaverei dazu und in den 60er Jahren dann die Erdölvorkommen. Und daraufhin hat sich das erst zu einer modernen Stadt entwickelt. Und davor war das alles sehr zurückgeblieben, aber die Stadt ist viel zu schnell gewachsen, weil immer mehr Leute dorthin gekommen sind. Und deswegen, ja, platzt die heute auch aus allen Nähten und ist eigentlich viel zu klein für die Menge an Menschen, die dort leben. Okay, interessant. Ist jetzt nicht das Wissen, was wir von der Reise gesammelt haben, aber ich finde es jetzt im Nachhinein ganz interessant, wenn man jetzt rückblickend über die Stadt nachdenkt. Und weil die Straßen schon echt vollgepackt waren und es irgendwie auch wirklich so wirkte, als wäre die Stadt ein bisschen zu schnell gewachsen. Ja, könnte man sagen. Heute ist der Tourismus in dieser Stadt tatsächlich der zweitwichtigste Wirtschaftsfaktor. Also der wichtigste ist halt immer noch die Fischerei. Und der Tourismus ist einfach, weil die Leute da ankommen und wieder wegfahren? Ja, weil sie die Dschungeltouren machen, weil sie dort diese, ja, die Amazonastouren machen. Okay, und in der Regel hat er immer eine Zwischenübernachtung haben oder zwei. Ja, also wenn man nach Iquitos kommt, muss man ja zwangsläufig eine Nacht dort verbringen, außer man fliegt direkt am nächsten Tag weiter oder so. Du meinst so wie wir? Nee, wir haben ja dort, wir waren doch dort noch für zwei Nächte. Haben wir zwei Nächte dort? Ja, in dem Hostel mit dem Typen, dem es nicht so gut ging. Ich dachte, wir wären jetzt nur eine dort gewesen. Okay, dann waren wir zwei Nächte da. Also dem es nicht so gut ging, das war der Engländer, der mit uns auch auf dem Schiff war. Ja. Und der hat sich da irgendwie eine Magenverstimmung oder so auf dem Schiff geholt und kleine Side-Story. Ja. Genau. Ja, aber im Großen und Ganzen war das eine absolut geniale Erfahrung. 470 Kilometer ist die Strecke übrigens lang. Ach krass. Dafür, dass wir am Anfang nur 20 Kilometer weit gekommen sind? Ja, ich weiß auch nicht. Dann irgendwie haben sie ja einen Zahn zugelegt. Ja. Letztendlich. Was ich übrigens auch noch herausgefunden habe und ich weiß gar nicht mehr, ob das bei uns auch so war, aber es wird hier dringend empfohlen, Toilettenpapier mitzunehmen. War das bei uns ein Problem? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, was man noch mitnehmen sollte, wäre Trinkwasser. Ja. Ja, das gibt es da nicht. Am besten vielleicht wirklich ein bisschen mehr einrechnen pro Person, pro Tag. Nicht, dass ihr am Ende dann gar nichts mehr habt. Das wäre ein bisschen doof. Ja. Das war eine kurze Tour, würde ich sagen. Aber ich finde, dass es das Erlebnis ja trotzdem nicht schmälert. Würdest du es wieder tun? Auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Sache, die würde ich nochmal machen. Es gibt nicht viele Dinge, bei denen ich sage, das muss ich jetzt unbedingt nochmal ein zweites Mal machen. Aber das, ich glaube, wenn ich wirklich mal nochmal in mich kommen müsste, zu mir kommen müsste, nee, wie sagt man das denn? In mich kehren müsste? Wenn du nochmal in mich kehren würdest, oder? Tatsächlich ist es auch bis heute noch das einzige Erlebnis, wo ich von mir behaupten kann, wirklich mal abgeschaltet zu haben. Weil das kann mein Gehirn einfach nicht oft. Ich würde schon sagen, ich würde es nochmal machen. Aber ich würde nicht nur für den Amazonas nochmal dorthin. Also das nicht. Wenn, dann würde ich mir vielleicht nochmal Kolumbien anschauen. Ich meine, ich kenne das Land ja schon. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es da noch viele Ecken, die unentdeckt sind. Gerade abseits der Touristenwege. Und ich glaube, dass es immer noch ein sehr spannendes Land ist. Und ja, vielleicht fährt man ja dann einfach mal in die andere Richtung. Richtung Brasilien. Genau. Ist aber auch ein bisschen länger unterwegs und kommt in einer noch größeren Stadt raus. Ja, genau. Und wir haben uns halt ja dann zu entschieden, nach Lima zu fliegen als nächstes, weil uns die andere Strecke zeitbedingt etwas zu lang war und wir nicht so viel Zeit übrig hatten. Aber jetzt habe ich ja noch ganz vergessen. Wir müssen ja noch eine Spotify-Frage stellen, die du ja dann wieder einfliegen darfst. Dann stell mal deine Frage. Würdet ihr, liebe HörerInnen, auch so eine Reise machen, nachdem wir euch davon jetzt erzählt haben? Ja. Habt ihr auch mal Bock, auf den Amazonas mit dem Prachtschiff entlang zu schippern? Schreibt uns das gerne mal. Wir machen eine Umfrage. Was uns auch interessieren würde, ist, wie ihr den Podcast findet. Ihr könnt den sehr, sehr gerne bewerten. Das würde uns wirklich total helfen. Denn wenn man so einen neuen Podcast ins All schießt, dann ist es immer sehr schwer, erstmal ein paar Leute zu gewinnen. Und ich glaube, mit ein paar Bewertungen würde das ein bisschen besser flutschen. Ja. Darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Macht das gerne auf Apple Podcasts oder bei Spotify oder hinterlass auch ein Kommentar oder sonst eine Frage dir. Macht einfach irgendwas. Bitte helft uns. Und ansonsten würde ich wieder sagen, schaut in den Instagram-Stories vorbei. Da gibt es nochmal ein paar visuelle Eindrücke von der Tour. Genau. Also wir machen jetzt immer nach jedem Podcast sozusagen einen Rückblick auf die Tour oder auf die Dinge, die wir erwähnt haben. Und ich glaube, das ist ganz spannend, um die Reise so wirklich mitzuerleben. Ja. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche wieder. Ja. Machen wir mal zu den Laden. Ja. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ich habe schon wieder geklatscht. Ich mache das jedes Mal.